liebe youtube zuschauer auf den youtube channel kanal live hier ist euer wurzel tommy heute möchte ich mal danke an memmingen und mindelheim sagen obwohl in mindelheim möchte ich ja mal gerne in die kulturwerkstatt spielen in kulturwerkstatt live kulturwerkstatt auf einer bühne da habe ich für memmingen möchte ich mal danke sagen und für mindelheim die mich auch kennen eventuell aber ich möchte da mal auch auf einer bühne spielen aber ich habe ein lied für memmingen und mindelheim gewidmet das spielen wir jetzt bei memmingen muss ich mich bei alle bedanken ich tue es auch von herzen ich wünsche mir ich könnte ein konzert für euch geben danke memmingen in mindelheim sind die urgesteine zu hause und und auch daheim da gibt es eine kulturwerkstatt da möchte ich auch mal drauf spielen drauf spielen drauf spielen ich habe euch gern memmingen und mindelheim sind klasse und spitze mit euch möchte ich konzerte von mir geben sprich eine party eine sausi toll dass es sowas gibt menschen die mich als wurzeltommi so sehen und verstehen in meine videos sind meine videos meine videos in einem bericht danke memmingen und danke mindelheim dass es euch gibt darum bleib ich hier in memmingen in unserer stadt in eurer stadt und unsere können wir auch so sehen wie man will das war das meinetwegen mindelheimer stadt sein für euch gewidmet ich verabschiede mich wieder aus dem sende zentralturm sende sendemarsch zentralturm memmingen in hühnerberg wenn es wieder heißt live euer wurzeltommi servus ciao euer wurzeltommi machen sie es gut bis zum nächsten youtube video und danke am hühnerberg dass es auch auch euch auch gibt für euch hatte ich ja schon ein lied gemacht aber ich danke nochmal recht herzlich an hühnerberg genauso dass es euch auch gibt also dann prost an euch und danke nochmals das stoßen wir an servus ciao bis zum nächsten video euer wurzeltommi genau 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 genau